Avak Barbajan hat in der Ukraine Psychologie und Sozialwissenschaften studiert. Auch Englisch hat der gebürtige Armenier im Gepäck. Seit einem halben Jahr macht der 26-Jährige die ersten Erfahrungen mit Deutsch. Gemeinsam mit seiner Frau Astrik musste Avak aus der krisengeplagten Ukraine flüchten. Die junge Familie ist in Ludwigs Lust angekommen und durfte gleich den Sprachkurs belegen. Wir kommen hier in der Ukraine und viele Leute haben nicht Wohnen und haben nicht normales Leben. In der Ludwigs Luster Edith Steinschule leitet Elena Weltermann einen dreimonatigen Deutschkurs für Flüchtlinge. Sie selbst hat ihren Geburtsort Saratov im Herzen Russlands vor 17 Jahren verlassen und gründete in Ludwigs Lust eine deutsch-russische Familie. Als studierte Germanistin hoffte sie damals auf eine schnelle Integration. Doch diese klappte etwas langsamer als gedacht. Das war für mich komisch zum Beispiel, dass Weihnachten zuerst gefeiert wird und Silvester hat dann nie so eine große Bedeutung. Mittlerweile bin ich schon so deutsch, dass ich das andersrum komisch empfinde. Obwohl die Sprache dann kein Problem war, trotzdem habe ich mich dann nicht so recht getraut zu sprechen, so offen. Weil ich dachte, ach, dann hört man ja vielleicht, wo ich herkomme. Und so Sachen, diese Sprachbarrieren musste ich auch überwinden. Die Schulleiterin Marion Löning ist beim Unterricht mit dabei. Schließlich ist es der Tag der Zeugnisausgabe. Doch im Vorfeld möchte Marion Löning die Schüler in typischen Lernsituationen erleben. Sie hat die Gruppe von Anfang an begleitet und ist auf das Ergebnis sehr gespannt. Also ich erlebe sie sehr lernwillig, sehr offen, zu Anfang schüchtern. Aber das wird immer besser. Wir freuen uns, dass sie hier in der Schule sind und sich hier auch wohlfühlen in der Schule. Das war uns ganz wichtig, als wir gesagt haben, wir bieten den Kurs an. Und werden immer selbstbewusster, auch mit der Sprache. Trauen sich auch, ihre Sprache dann auch anderswo anzuwenden. Und nicht nur hier im Kurs. Awake und Astrik geben ihr Bestes. Mit ihren Hochschulabschlüssen und hoher Motivation hoffen sie, sich im neuen Umfeld wieder schnell zurechtzufinden. In der Ludwigsluster-Edith-Steinschule trafen die Baba Jans auf die bestmöglichen Lernbedingungen. Das junge Paar ist voller Zufriedenheit. Wir wollen lernen Deutsch, wir wollen sprechen mit Leuten und wir wollen integrieren in Deutsch-Sozium. Elena Weltermann weiß, viele Schwierigkeiten kommen noch auf ihre Schüler zu. Sie ist deshalb immer bereit, aus eigener Erfahrung wertvolle Tipps zu geben. Sich trauen, sich trauen zu sprechen, sich trauen Fehler zu machen, denn das ist absolut nicht schlimm. Sich trauen auch ruhig die Leute anzusprechen, zu fragen, was nicht klar ist und offen für Neues sein. Fast alle Teilnehmer haben sich bereits für einen weiteren Deutschkurs beworben. Mit offenen Armen und offenen Herzen wurden sie in Ludwigslust empfangen. Und dieses Gefühl wird jeder von ihnen mit auf seinen Weg nehmen.